der antichrist der instinkthaß gegen die realität folge einer extremen leid und reizfähigkeit welche überhaupt nicht mehr berührt werden will weil sie jede berührung zu tief empfindet die instinktausschließung aller abneigung aller feindschaft aller grenzen und distanzen im gefühl folge einer extremen leid und reizfähigkeit welche jedes widerstreben widerstreben müssen bereits als unerträgliche unlust dh als schädlich als vom selbsterhaltungsinstinkte widerraten empfindet und die seligkeit die lust allein darin kennt nicht mehr niemandem mehr weder dem übel noch dem bösen widerstand zu leisten die liebe als einzige als letzte lebensmöglichkeit dies sind die zwei physiologischen realitäten auf denen aus denen die erlösungslehre gewachsen ist ich nenne sie eine sublime weiterentwicklung des hedonismus auf durchaus morbider grundlage nächst verwandt wenn auch mit einem großen zuschuss von griechischer vitalität und nervenkraft bleibt ihr der epikureismus die erlösungslehre des heidentums epikur ein typischer dekadent zuerst von mir als solcher erkannt die furcht vor schmerz selbst vor dem unendlich kleinen im schmerz sie kann gar nicht anders enden als in einer religion der liebe 31. ich habe meine antwort auf das problem vorweg gegeben die voraussetzung für sie ist dass der typus des erlösers uns nur in einer starken entstellung erhalten ist diese entstellung hat an sich viel wahrscheinlichkeit ein solcher typus konnte aus mehreren gründen nicht rein nicht ganz nicht frei von zutaten bleiben es muss sowohl das milieu in dem sich diese fremde gestalt bewegte spuren an ihm hinterlassen haben als noch mehr die geschichte das schicksal der ersten christlichen gemeinde aus ihm wurde rückwirkend der typus mit zügen bereichert die erst aus dem kriege und zu zwecken der propaganda verständlich werden jene seltsame und kranke welt in die uns die evangelien einführen eine welt die aus einem russischen romane in der sich auswurf der gesellschaft nerven leiden und kindliches idiotentum einstellig einzugeben scheinen muss unter allen umständen den typus vergröbert haben die ersten jünger in sonderheit übersetzten ein ganz in symbolen und unfasslichkeiten schwimmendes sein erst in die eigene krudität um überhaupt etwas davon zu verstehen für sie war der typus erst nach einer einformung in bekanntere formen vorhanden der prophet der messias der zukünftige richter der morallehrer der wundermann johannes der täufer ebenso viele gelegenheiten den typus zu verkennen unterschätzen wir endlich das proprium aller großen namentlich sektiererischen verehrung nicht sie löscht die originalen oft peinlich fremden züge und idiosynkrasien an dem verehrten wesen aus sie sieht sie selbst nicht mehr man hätte zu bedauern dass nicht ein dostojewski in der nähe dieses interessanten dekadent gelebt hat ich meine jemand der gerade den ergreifenden reiz einer solchen mischung von sublimem krankem und kindlichem zu empfinden wußte ein letzter gesichtspunkt der typus könnte als dekadents typus tatsächlich von einer eigentümlichen vielheit und widersprüchlichkeit gewesen sein eine solche möglichkeit ist nicht völlig auszuschließen trotzdem rät alles ab von ihr gerade die überlieferung würde für diesen fall eine merkwürdige treue und objektive sein müssen wovon wir gründe haben das gegenteil anzunehmen einstweilen klafft ein widerspruch zwischen dem berg see und wiesen prediger dessen erscheinung wie ein buddha auf einem sehr wenig indischen boden anmutet und jenem fanatiker des angriffs dem theologen und priester tod feind den renance bosheit als le grand maître en ironie verherrlicht hat ich selbst zweifle nicht daran dass etliche maß galle und selbst von esprit erst aus dem erregten zustand der christlichen propaganda auf den typus des meisters übergeflossen ist man kennt ja reichlich die unbedenklichkeit aller sektiere aus ihrem meister sich ihre apologie zurecht zu machen als die erste gemeinde einen richtenden hadern den zürnenden bösartig spitzfindigen theologen nötig hatte gegen theologen schufen sie sich ihren gott nach ihrem bedürfnisse wie sie ihm auch jene völlig unevangelischen begriffe die sie jetzt nicht entbehren konnte wiederkunft jüngstes gericht jede art zeitlicher erwartung und verheißung ohne zögern in den mund gab ich wehre mich nochmals gesagt dagegen daß man den fanatiker in den typus des erlösers einträgt das wort imperieur das renan gebraucht annullirt allein schon den typus die gute botschaft ist eben daß es keine gegensätze mehr gibt das himmelreich gehört den kindern der glaube der hier laut wird ist kein erkämpfter glaube er ist da er ist von anfang er ist gleichsam eine ins geistige zurückgetretene kindlichkeit der fall der verzögerten und im organismus unausgebildeten pubertät als folgeerscheinung der degenereszenz ist wenigstens den physiologen vertraut ein solcher glaube zürnt nicht tadelt nicht wehrt sich nicht er bringt nicht das schwert er ahnt gar nicht inwiefern er einmal trennen könnte er beweist sich nicht weder durch wunder noch durch lohn und verheißung noch gar durch die schrift er selbst ist jeden augenblick sein wunder sein lohn sein beweis sein reich gottes dieser glaube formuliert sich auch nicht erlebt er wehrt sich gegen formeln freilich bestimmt der zufall der umgebung der sprache der vorbildung einen gewissen kreis von begriffen das erste christentum handhabt nur jüdisch semitische begriffe das essen und trinken beim abendmahl gehört dahin jener von der kirche wie alles jüdische so schlimm missbrauchte begriff aber man hüte sich darin mehr als eine zeichenrede eine semiotik eine gelegenheit zu gleichnissen zu sehen gerade dass kein wort wörtlich genommen wird ist diesem anti realisten die vorbedingung um überhaupt reden zu können unter indern würde er sich der san kiam begriffe unter chinesen der des laoze bedient haben und keinen unterschied dabei fühlen man könnte mit einiger toleranz im ausdruck jesus einen freien geist nennen er macht sich aus allem festen nichts das wort tötet alles was fest ist tötet der begriff die erfahrung leben wie er sie allein kennt widerstrebt bei ihm jeder art wort formel gesetz glaube dogma er redet bloß vom innersten leben oder wahrheit oder licht ist sein wort für das innerste alles übrige die ganze realität die ganze natur die sprache selbst hat für ihn bloß den wert eines zeichens eines gleichnisses man darf sich an dieser stelle durchaus nicht vergreifen so groß auch die verführung ist welche im christlichen will sagen kirchlichen vorurteil liegt ein solcher symbolist par excellence steht außerhalb aller religion aller kulte begriffe aller historie aller naturwissenschaft aller welterfahrung aller kenntnisse aller politik aller psychologie aller bücher aller kunst sein wissen ist eben die reine torheit darüber dass es etwas dergleichen gibt die kultur ist ihm nicht einmal vom hören sagen bekannt er hat keinen kampf gegen sie nöthig er verneint sie nicht dasselbe gilt vom staat von der ganzen bürgerlichen ordnung und gesellschaft von der arbeit vom kriege er hat nie einen grund gehabt die welt zu verneinen er hat den kirchlichen begriff welt nie geahnt das verneinen ist eben das ihm ganz unmögliche insgleichen fehlt die dialektik es fehlt die vorstellung davon dass ein glaube eine wahrheit durch gründe bewiesen werden könnte seine beweise sind innere lichter innere lustgefühle und selbstbejahungen lauter beweise der kraft eine solche lehre kann auch nicht widersprechen sie begreift gar nicht dass es andere lehren gibt geben kann sie weiß sich ein gegenteiliges urteilen gar nicht vorzustellen wo sie es antrifft wird sie aus innerstem mitgefühle über blindheit trauern denn sie sieht das licht aber keinen einwand machen 33. in der ganzen psychologie des evangeliums fehlt der begriff schuld und strafe insgleichen der begriff lohn die sünde jedwides distanzverhältnis zwischen gott und mensch ist abgeschafft eben das ist die frohe botschaft die seligkeit wird nicht verheißen sie wird nicht an bedingungen geknüpft sie ist die einzige realität der rest ist zeichen um von ihr zu reden die folge eines solchen zustandes projiziert sich in eine neue praktik die eigentlich evangelische praktik nicht ein glaube unterscheidet den christen der christ handelt er unterscheidet sich durch ein anderes handeln dass er dem der böse gegen ihn ist weder durch wort noch im herzen widerstand leistet dass er keinen unterschied zwischen fremden und einheimischen zwischen juden und nicht juden macht der nächste eigentlich der glaubensgenosse der jude dass er sich gegen niemanden erzürnt niemand geringschätzt dass er sich bei gerichtshöfen weder sehen lässt noch in anspruch nehmen lässt nicht schwören dass er sich unter keinen umständen auch nicht im falle bewiesener untreue des weibes von seinem weibe scheidet alles im grunde einsatz alles folgen eines instinkts das leben des erlösers war nichts anderes als diese praktik sein tod war auch nichts anderes er hatte keine formeln kein ritual für den verkehr mit gott mehr nötig nicht einmal das gebet er hat mit der ganzen jüdischen buß und versöhnungslehre abgerechnet er weiß wie es allein die praktik des lebens ist mit der man sich göttlich selig evangelisch jederzeit ein kind gottes fühlt nicht buße nicht gebet und vergebung sind wege zu gott die evangelische praktik allein führt zu gott sie eben ist gott was mit dem evangelium abgethan war das war das judentum der begriffe sünde vergebung der sünde glaube erlösung durch den glauben die ganze jüdische kirchenlehre war in der frohen botschaft verneint der tiefe instinkt dafür wie man leben müsse um sich im himmel zu fühlen um sich ewig zu fühlen während man sich bei jedem anderen verhalten durchaus nicht im himmel fühlt dies allein ist die psychologische realität der erlösung ein neuer wandel nicht ein neuer glaube 34. wenn ich irgendetwas von diesem großen symbolisten verstehe so ist es das dass er nur innere realitäten als realitäten als wahrheiten nahm dass er den rest alles natürliche zeitliche räumliche historische nur als zeichen als gelegenheit zu gleichnissen verstand der begriff des menschensohn ist nicht eine konkrete person die in die geschichte gehört irgendetwas einzelnes einmaliges sondern eine ewige tatsächlichkeit ein von dem zeitbegriff erlöstes psychologisches symbol dasselbe gilt noch einmal und im höchsten sinne von dem gott dieses typischen symbolisten vom reich gottes vom himmelreich von der kindschaft gottes nichts ist unchristlicher als die kirchliche kruditäten von einem gott als person von einem reich gottes welches kommt von einem himmelreich jenseits von einem sohne gottes der zweiten person der trinität dies alles ist man vergebe mir den ausdruck die faust auf dem auge o auf was für einem auge des evangeliums ein welthistorischer zynismus in der verhörnung des symbols aber es liegt ja auf der hand was mit dem zeichen vater und sohn angerührt wird nicht auf jeder hand ich gebe es zu mit dem wort sohn ist der eintritt in das gesamtverklärungsgefühl aller dinge die seligkeit ausgedrückt mit dem wort vater dieses gefühl selbst das ewigkeits das vollendungsgefühl ich schäme mich daran zu erinnern was die kirche aus diesem symbolismus gemacht hat hat sie nicht eine amphitryon geschichte an die schwelle des christlichen glaubens gesetzt und ein dogma von der unbefleckten empfängnis noch obendrein aber damit hat sie die empfängnis befleckt das himmelreich ist ein zustand des herzens nicht etwas das über der erde oder nach dem tode kommt der ganze begriff des natürlichen todes fehlt im evangelium der tod ist keine brücke kein übergang er fehlt weil einer ganz anderen bloß scheinbaren bloß zu zeichen nützlichen welt zugehörig die todesstunde ist kein christlicher begriff die stunde die zeit das physische leben und seine krisen sind gar nicht vorhanden für den lehrer der frohen botschaft das reichgottes ist nichts das man erwartet es hat kein gestern und kein übermorgen es kommt nicht in tausend jahren es ist eine erfahrung an einem herzen es ist überall da es ist nirgends da 35. dieser frohe botschafter starb wie er lebte wie er lehrte nicht um die menschen zu erlösen sondern um zu zeigen wie man zu leben hat die praktik ist es welcher er der menschheit hinterließ sein verhalten vor den richtern vor den häschern vor den anklägern und aller art verleumdung und hohn sein verhalten am kreuz 36. er widersteht nicht er verteidigt nicht sein recht er tut keinen schritt der das äußerste von ihm abwehrt mehr noch er fordert es heraus und er bittet er leidet er liebt mit denen in denen die ihm böses tun nicht sich wehren nicht zürnen nicht verantwortlich machen sondern auch nicht dem bösen widerstehen ihn lieben 36. erst wir wir frei gewordenen geister haben die voraussetzung dafür etwas zu verstehen das neunzehn jahrhunderte missverstanden haben jene instinkt und leidenschaft gewordene rechtschaffenheit welche der heiligen lüge noch mehr als jeder anderen lüge den krieg macht 37. man war unsäglich entfernt von unserer liebevollen und vorsichtigen neutralität von jener zucht des geistes mit der allein das erraten so fremder so zarter dinge ermöglicht wird man wollte jederzeit mit einer unverschämten selbstsucht nur seinen vorteil darin man hat aus dem gegensatz zum evangelium die kirche aufgebaut 38. wer nach zeichen dafür suchte dass hinter dem großen weltenspiel eine ironische göttlichkeit die finger hand habe er fände keinen kleinen anhalt in dem ungeheuren fragezeichen das christentum heißt 39. dass die menschheit vor dem gegensatz dessen auf den knien liegt was der ursprung der sinn das recht des evangeliums war dass sie in dem begriff kirche gerade das heilig gesprochen hat was der frohe botschafter als unter sich als hinter sich empfand man sucht vergebens nach einer größeren form welthistorischer ironie 37. unser zeitalter ist stolz auf seinen historischen sinn wie hat es sich den unsinn glaublich machen können daß an dem anfange des christentums die grobe wundertäter und erlöser fabel steht und daß alles spirituale und symbolische erst eine spätere entwicklung ist umgekehrt die geschichte des christentums und zwar vom tode am kreuzer an ist die geschichte des schrittweise immer gröberen missverstehens eines ursprünglichen symbolismus mit jeder ausbreitung des christentums über noch breitere noch ruhere massen denen die voraussetzungen immer mehr abgingen aus denen es geboren ist wurde es nötiger das christentum zu vulgarisieren zu barbarisieren es hat lehren und riten aller unterirdischen kulte des imperium romanum es hat den unsinn aller arten kranker vernunft in sich eingeschluckt das schicksal des christentums liegt in der notwendigkeit dass sein glaube selbst so krank so niedrig und vulgär werden musste als die bedürfnisse krank niedrig und vulgär waren die mit ihm friedigt werden sollten als kirche summiert sich endlich die kranke barbarei selbst zur macht die kirche diese todfeindschaftsform zu jeder rechtschaffenheit zu jeder höhe der seele zu jeder zucht des geistes zu jeder freimütigen und gütigen menschlichkeit die christlichen die vornehmen werte erst wir wir freigewordenen geister haben diesen größten wertgegensatz den es gibt wieder hergestellt 38. ich unterdrücke an dieser stelle ein seufzer nicht es gibt tage wo mich ein gefühl heimsucht schwärzer als die schwärzeste melancholie die menschenverachtung und damit ich keinen zweifel darüber lasse was ich verachte wen ich verachte der mensch von heute ist es der mensch mit dem ich verhängnisvoll gleichzeitig bin der mensch von heute ich ersticke an seinem unreinen atem gegen das vergangene bin ich gleich allen erkennenden von einer großen toleranz d h großmütigen selbstbezwingung ich gehe durch die irrenhauswelt ganzer jahrtausende heiße sie nun christentum christlicher glaube christliche kirche mit einer düsteren vorsicht hindurch ich hüte mich die menschheit für ihre geisteskrankheiten verantwortlich zu machen aber mein gefühl schlägt um bricht heraus sobald ich in die neuere zeit in unsere zeit eintrete unsere zeit ist wissend was ehemals bloß krank war heute ward es unanständig es ist unanständig heute christ zu sein und hier beginnt mein ekel ich sehe mich um es ist kein wort von dem mehr übrig geblieben was ehemals wahrheit hieß wir halten es nicht mehr aus wenn ein priester das wort wahrheit auch nur in den mund nimmt selbst bei dem bescheidensten anspruch auf rechtschaffenheit muss man heute wissen dass ein theologe ein priester ein papst mit jedem satz den er spricht nicht nur irrt sondern lügt es ihm nicht mehr frei steht aus unschuld aus unwissenheit zu lügen auch der priester weiß so gut es jedermann weiß dass es keinen gott mehr gibt keinen sünder keinen erlöser dass freier wille sittliche weltordnung lügen sind der ernst die tiefe selbstüberwindung des geistes erlaubt niemandem mehr hierüber nicht zu wissen alle begriffe der kirche sind erkannt als das was sie sind als die bösartigste falschmünzerei die es gibt zum zweck die natur die naturwerte zu entwerten der priester selbst ist erkannt als das was er ist als die gefährlichste art parasit als die eigentliche giftspinne des lebens wir wissen unser gewissen weiß es heute was überhaupt jene unheimlichen erfindungen der priester und der kirche wert sind wozu sie dienten mit denen jener zustand von selbstständung der menschheit erreicht worden ist der ekel vor ihrem anblick machen kann die begriffe jenseits jüngstes gericht unsterblichkeit der seele die seele selbst es sind folterinstrumente es sind systeme von grausamkeiten vermöge deren der priester herr wurde herr lieb jedermann weiß das und trotzdem bleibt alles beim alten wohin kam das letzte gefühl von anstand von achtung vor sich selbst wenn unsere staatsmänner sogar eine sonst sehr unbefangene art mensch und antichristen der tat durch und durch sich heute noch christen nennen und zum abendmahl gehen ein junger fürst an der spitze seiner regimenter prachtvoll als ausdruck der selbstzucht und selbstüberhebung seines volks aber ohne jede scham sich als christen bekennt wen verneint denn das christentum was heißt es welt dass man soldat dass man richter dass man patriot ist dass man sich wehrt dass man auf seine ehre hält dass man seinen vorteil will dass man stolz ist jede praktik jedes augenblicks jeder instinkt jede zur tat werdende wertschätzung ist heute antichristlich was für eine missgeburt von falschheit muss der moderne mensch sein dass er sich trotzdem nicht schämt christ noch zu heißen 39. ich kehre zurück ich erzähle die echte geschichte des christentums das wort schon christentum ist ein missverständnis im grunde gab es nur einen christen und der starb am kreuz das evangelium starb am kreuz was von diesem augenblick an evangelium heißt war bereits der gegensatz dessen was er gelebt eine schlimme botschaft ein dysangelium es ist falsch bis zum unsinn wenn man in einem glauben etwa im glauben an die erlösung durch christus das abzeichen des christen sieht bloß die christliche praktik ein leben so wie der der am kreuze starb es lebte ist christlich heute noch ist ein solches leben möglich für gewisse menschen sogar notwendig das echte das ursprüngliche christentum wird zu allen zeiten möglich sein nicht ein glauben sondern ein tun ein vieles nicht tun vor allem ein anderes sein bewusstsein zustände irgendein glaube ein für wahrhalten zum beispiel jeder psycholog weiß das sind ja vollkommen gleichgültig und fünften ranges gegen den wert der instinkte strenger geredet der ganze begriff geistiger ursächlichkeit ist falsch das christsein die christlichkeit auf ein für wahrhalten auf eine bloße bewusstseins phänomenalität reduzieren heißt die christlichkeit negieren in der tat gab es gar keine christen der christ das was seit zwei jahrtausenden christ heißt ist bloß ein psychologisches selbstmissverständnis genauer zugesehen herrschten in ihm trotz allem glauben bloß die instinkte und was für instinkte der glaube war zu allen zeiten beispielsweise bei luther nur ein mantel ein vorwand ein vorhang hinter dem die instinkte ihr spielten eine kluge blindheit über die herrschaft gewisser instinkte der glaube ich nannte ihn schon die eigentliche christliche klugheit man sprach immer vom glauben man tat immer nur vom instinkte in der vorstellungswelt des christen kommt nichts vor was die wirklichkeit auch nur anrührte dagegen erkannten wir im instinkt hass gegen jede wirklichkeit das treibende das einzig treibende element in der wurzel des christentums was folgt daraus das auch in physiologisches hier der irrtum radikal das heißt wesen bestimmend das heißt substanz ist ein begriff hier weg eine einzige realität an dessen stelle und das ganze christentum rollt ins nichts aus der höhe gesehen bleibt diese fremdartigste aller tatsachen eine durch irrtümer nicht nur bedingte sondern nur in schändlichen nur in leben und herz vergiftenden irrtümern erfinderische und selbst geniale religion ein schauspiel für götter für jene gottheiten welche zugleich philosophen sind und denen ich zum beispiel bei jenen berühmten zwiegesprächen auf naxos begegnet bin im augenblick wo der ekel von ihnen weicht und von uns werden sie dankbar für das schauspiel des christen das erbärmliche kleine gestirn das erde heißt verdient vielleicht allein um dieses kuriosen falls willen einen göttlichen blick eine göttliche anteilnahme unterschätzen wir nämlich den christen nicht der christ falsch bis zur unschuld ist weit über dem affen in hinsicht auf christen wird eine bekannte herkunftstheorie zur bloßen artigkeit ende von abschnitt 4 aufgenommen von crow wings dot com 4 1 4 6 5 6 7 7 8 8 9 10